Richard Wagner ist es passiert, Schriftsteller Thomas Mann und auch nicht zu vergessen Genie Albert Einstein. Sie alle sind sitzen geblieben. Zur Zeit wird ja der Sinn oder der Unsinn, reicht an der Luft im Moment noch nicht. Der Winter hat uns weiter in seiner kalten Hand. Ulrike Hoffmann ausgeriert.